Jetzt habe ich auch ein Monitärung zum Nachladen. Übersehen habe ich hier anscheinend auch nichts. Auch Pulver. Okay. What? Okay. Nein, ich habe ihn weggepackt. What? Oh. Post plus. Wo ist es? Direkt hier vorne. Ich speichere nochmal ab. Einfach damit ich die ganze Scheiße nicht nochmal herstellen muss. Oh. Oh. Okay. Nee. Achso. Nee, nee. Den Spiegel wollte ich nicht schauen. Wenn ich... Ich muss helfen. Ja. Ich will doch nicht kommen. Ich denke doch doch. Okay. Ich muss ins Lager außerhalb des Unterschlups. Aber Stevens hat den Schlüssel. Ja. Bald ist sie mit dem Schlüssel und dem Transporter zurück. Ich muss nur am Leben bleiben. Ich bin so müde. Ich ruhe mich nur kurz aus und warte auf Stevens. Ja. Soviel zum Thema am Leben bleiben. Was groß aus. Okay. Das klingt, als würden wir... Also gut. Das Theater. Diesmal kriege ich dich. Hört sich an, als würden wir das Großes angreifen gleich. Ja. Was? 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 Was ist mit der Schieger geschickt? Was ist mit der Schieger sondern gemm raisend? Oh, da ist wieder so ein komisches wie, ne? Ja. Haha, let's go. Wollt ich gucken, geht auf Katzebeeren? Ja, oder? Nicht? Ah, jetzt hab ich gar nicht drauf geartet, ob der Geld fallen lassen hat. Ja, damit. Agile. Ich bin so aus der Puss. What is this? What is this, my friends? Wo ist denn meine Mission? Meine Mission ist, rechts von mir, da hin. Da ist das Theater. Da will ich nicht hin als erstes. Ja, so will ich hier Luna leveln. Das muss dann sein in einem richtig guten Online-MMO-RPG-Game. Ich bin der Einzige, der sieht das Ding hier bei mir. Ich bin der Einzige, der sieht, ich bin der Einzige, der sieht das Ding hier bei mir. Es muss so sein. Ich halte es nicht mehr aus. Hä? Das ist ein Schloss. Sieht aus, als könnte ich es mit einem Schlüssel öffnen. Ich hab keinen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Kraut. Jetzt hab ich meine Axt an dem scheiß Vieh verschwindet. Ich weiß, was du noch lebst. Du auch. Ich geh mal auf mit dem Schlüssel. Oh mein Gott. Ich habe die Prototypen, schatz, schatz. Ich habe die Impolch. Ich habe ihn geberts. Ich habe mich für einen Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. gestellt. Was ist das? Wo ist hier der Typ, der geschrien hat? Sag mir, wo ist der Typ, der geschrien hat? Voila! Oh. Dem Bruder geht's gar nicht mehr gut. Hä? Keine Figuren, nix hier dran, was ist das? Danke. Danke. Ja, sorry, das ist mein Magen, ich hab Hunger. Oh, da oben. Soll ich da jetzt gegen schießen? Was wollt ihr mich natzen? Ey. Wo muss ich hier eigentlich hin? So, wenn wir Müll wöhnen, das muss ich tun. Das ist meine Lebensaufgabe. Ähm, mal eben hier ein bisschen. So. Cheeseburger, das ist ja nett. Könnt ihr das hier kaputt machen? Nö. Da, fuck, Digger. Voll in die Hose geschissen. Klar, warum nicht? Nein. What the? Kann ich das angreifen? Aua! Da machst du nix. Guck dir das an. Leuchten deine Augen? Ne. Da hast du nochmal Glück gehabt, sonst hätte ich den in den Kopf geschossen. Oh, wo war der Kollege, der hier rumgeschrien hat? Mobius, operatives Signal. Hier. Körperteile setzen sich zu einem Monster zusammen. Klar, warum nicht? Ich überraschte hier drin gar nichts mehr. Aber nicht mit mir. Ich verbrenne sie, bevor sie sich verwandeln. Moment. Hat der Arm gerade gefuckt? Scheiße. Nein. Oh Gott. Nein. Well, ähm. Scheiße. Ey, hätte ich mir mal das lieber nicht angeguckt. Wir können doch über alles reden. Beugen. Die Tagesstelle ist es. Broken. Oh. Schon mal Elektroshock im Gesicht gehabt hier. Fuck. Und der eine Kopf wäre auch nicht kaputt gehen. Oh, da fliegen die Köpfe runter. Medaniel. Und T-Bang. Bestimmt noch. Alter, steht hier wieder auf. Verschwinde nicht. Nee. Nee. Da will ich hin. Er gerade ist da. Oh Mann. What der? Warum klettert der? Was passiert hier? Oh, das Ding raus. Ich halte mich mehr aus. Ach so, das ist der. Ich halte mich mehr aus. Ich halte mich mehr aus. Ich halte mich mehr aus. Ich bin der Einzige, der sieht. Das Ding hier bei mir. Es muss so sein. Es sieht so aus wie in meiner Kindheit. Es spielt mit meinem Verstand. Wenn ich schon sterben muss, will ich selbst bestimmen wie. Hey, um WTF. Ich halte mich mehr aus. Ich halte mich mehr aus. Ich halte mich mehr aus.